Maman? Ja? Kennst du den Jardin d'Aclimatation? Ja. Können wir da mal hingehen? Vielleicht. Mal sehen. Unbestimmte Zeit ausgesetzt. Bitte weichen Sie auf andere Strecken aus oder nutzen Sie die Ersatzbusse. Können Sie heute auch demonstrieren? Das würde ich ziemlich gern. Aber leider habe ich mehr mit den Auswirkungen des Streiks zu tun als mit dem Streik an sich. Ich muss ja jeden Tag nach Paris rein. Das ist hart, oder? Sieben Anreisende, fünf Abreisende, acht Verlängerungen. Und Monsieur Yoshida abends in die Churchill Suite. Ich will mich vorstellen. Für einen Job? Genau. Ist ja irre. Was für ein Job denn? Es ist ein super Job. Du spielst mit dem Feuer, Julie. Könnten Sie für die Abende eine andere Lösung suchen? Das wird mir langsam zu schwierig. Ich lass dir meine Stempelkarte da und du stempelst mich aus, wenn du gehst, ja? Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Aufgrund des Streiks... Es wird gleich einer fahren. Welches Gleis? Gleis 14. Du versuchst sich der Schiff auf die Atheitze. Du bist sehr vorsichtig. Du bist so aufgeregt, ja? Du bist so aufgeregt. Ich klick' vor, weil es nennt.